Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Mit dem Wetter am heutigen Tage gab es schon mal einen Vorgeschmack auf Pfingsten. Morgen dürfen wir uns bei Tageshöchstwerten von 19 Grad auf 15 Sonnenstunden freuen. Genau so gestaltet sich der Start ins Wochenende. Am Samstag knacken wir dann die 20-Grad-Marke. Der Sonntag kommt dann komplett sonnig daher. Dann klettert das Quecksilber schon mal bis auf 23 Grad. Auch am Pfingstmontag dominiert Sonnenschein das Wettergeschehen im Sendegebiet. Bei Werten wie am Vortag ziehen nur weniger harmlose Wolken herein.